Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute ein neues Wanderpaket bei mir am Start. Das ist Needful Things, der Wandernde Flohmarkt, den die liebe Anka von Ankas Geblubber gegründet hat. Und es sind ganz viele tolle Frauen mit am Start. Ich verlinke euch alle Instagram und YouTube Profile in der Beschreibung und hoffe, dass ihr da mal vorbeischaut und ein bisschen Liebe da lasst. Da würde ich mich sehr freuen. Es ist ein Hermes M-Paket, also doch etwas größer. Und ich werde jetzt einfach mal reingreifen und was rausziehen. Collect Beautiful Moments. Hier ist ein Buch. Ich glaube, in dieses Buch schreiben wir rein, wenn irgendwas Besonderes ist und grüßen die anderen. Ja, genau. Da haben die anderen schon reingeschrieben. Da werde ich auch was reinschreiben. Das ist eine tolle Idee, liebe Anka. Das stelle ich mal hier so zur Seite, damit ich das nicht vergesse. Und dann ziehe ich mal ein Beutelchen raus. Oh, ich glaube, hier sind Duftwachse drin in diesem Ski-Innenbeutel. Duftwachse, ihr wisst es vielleicht, ich bin mehr so der Kerzentyp. Und hier sind halt Duftwachse drin. Mh, riecht gut. Arzalea und Oak zum Beispiel. So sieht das dann aus. Dann kann man das in so einen Meltwarmer reintun. Und ja, genau. Da sind ganz viele tolle Duftwachse drin. Hier haben wir was von Country Candle, Cookies and Cream. Mh, riecht auch gut. Aber wie gesagt, ich bin ja kein warmer Mädchen, kein candle warmer Mädchen, kein wax melting Mädchen. Ich bin ja ein ganz normaler Kerzenfreak. Das sieht man gar nicht. Ja, ich bin ein Kerzenfreak und deswegen dürfen die ganzen Mels weiter wandern. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich die jetzt nicht alle einzeln zeige, weil ich nehme sowieso nichts davon raus. Hier haben wir Tees. Ich bin auch kein Teetrinker, aber ich habe hier einen Eist Coffee 3 in 1 gefunden von Jakobs. Den werde ich mir rausnehmen. Die Tees dürfen alle drinbleiben. Ähm, ich trinke einfach keinen Tee. Ich bin kein Teemädchen. Ich sehe was, was unbedingt bei mir bleiben muss. Apple Love Cinnamon Pflegedusche von Trecklemoon. 375 ml. Ich bin ein Duschgel-Kollektor. Dieses Duschgel besitze ich nicht. Und Trecklemoon macht tolle Düfte. Und weil ich das behalte, mache ich jetzt das Klebezeug hier ab und rieche mal dran. Oh, lecker. Apfelig. Wie Apfelkuchen mit Zimt. Mh, das bleibt bei mir. Ja, ja, ja. Das bleibt bei mir. Ein Kiel-Täschchen haben wir hier. Das sieht nach Goodies aus. Ähm, nee. Da sind auch markierte Produkte drin. Also kann ich das zeigen. Feste Gesichtsreinigung von Altera. Feste Gesichts- mit Bio-Hanföl. Vielleicht. Ein Banana-Produkt. Banana Beauty. What's that? Ein Lip Balm von Banana Beauty. Der darf weiter wandern. Gummibärchen. Die nehme ich raus. Die liebt Hammer, Fynn. Hehe. Oh, ein Happy Glam Cherry on the Top LED-Nagellack. Aber ich mache kein LED-Nagellack. Deswegen wandert der weiter. Eine Badesprudeltablette von Balea. Und dann haben wir hier noch Augenpads und Augenkonzentrat. Die darf aber alles weiter wandern. Achso, das kommt hier auch wieder mit rein. So. Aber die Tasche ist auch cool. So. Dann geht's weiter. Weiter im Text. Hier haben wir eine revitalisierende Körperlotion. Mit Granatapfel ist das, glaube ich. Ja. Und Lupine. Von, ups. Schmeiß weg. Alverde. Die wird weiter wandern. Das ist nicht so meins. Der Kater verlustiert sich gerade am Tee. Sehr schön. Dann haben wir hier witzige Zuckermotive. Sowas zum Backen. Auch nicht so meins. Oh, das fühlt sich nach einer Kerze an. Uuuuh. Uuuuh. Willkommen auf dem Rummelplatz-Duftkerze von DM. Oh, vielleicht. Ah, vielleicht. Vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht. Dann. Oh, was riesiges, schweres. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui reingetan. Eine Funko-Pop. Ich mach mal das Klebi ab. Eine, das ist der aus magische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ich habe noch gar keine Funko-Pop-Figur. Oh mein Gott. Ich fand den Film ganz gut. Und die muss ich behalten. Eine Funko-Pop. Wie süß. Du bist mein neuer Freund. Du bleibst bei mir. Ja, ja, ja. Ich habe zwar vergessen, wie der heißt, aber ich weiß, aus welchem Film der ist. Und den Film fand ich gut. Das ist ja irgendwie die Vorgeschichte zu Harry Potter oder irgendwie sowas. Für Rebecca. Das bleibt also drin im Paket. Wann haben wir noch was Kerziges hier? Eine Bella wie Duftkerze im Glas von Gies. Die ist schön. Ich muss mich entscheiden. Ich darf nicht so viele Kerzen rausnehmen. Aber die nehme ich auch erstmal auf vielleicht. Das, was bleibt, kommt hier mit meiner kleinen Funko-Pop-Figur. Die bleibt auf jeden Fall. Vielleicht fällt mir ja im Laufe des Videos noch ein, wie der Typ heißt. Dann haben wir hier noch was. Ähm, was ist das? Irgendwas mit Yoga. Ein Yoga-Journal. Oh, Colorflash-Nagelfolien. Die nehme ich auf jeden Fall raus. Die sind ja wunderschön. Wunderschön. Ursula Pozansky. Vanitas. Grau wie Asche. Ein Hörbuch. Seit wann muss man auf dem Friedhof um sein Leben fürchten? Hm, ich glaube das eher nicht. Lesezeichen und Postkarten. Postkarten finde ich ja immer cool. Oh, ist die toll. Die nehme ich raus. Und ein Lesezeichen ist hier noch drin von Disney. Das darf weiter wandern. Und was ist hier noch für ein Lesezeichen? Oh, das ist schön. Aus Metall. Aber das darf auch weiter wandern. Aber die Postkarte nehme ich mir gerne raus. Vielleicht tue ich ja noch welche rein. Ich denke schon. Ja, es ist ein Flohmarkt. Ich habe schon so viele tolle Sachen gefunden. Ah! Was ist das denn? Nein, wer bist du denn? Eine kleine Ente, die gerade geschlüpft ist. Mit ihrer Schale. Aber die darf weiter wandern, die kleine Ente. Ich habe mir ja schon die Funko Pop Figur rausgenommen. Und eigentlich habe ich gar keinen Platz für Deko, wie man unschwer kennen kann. Die kleine Ente darf weiter reisen. Oh, Halloween-Sticker. Oh mein Gott. Ich liebe Halloween-Sticker. Oh, die kommen auch vielleicht. So, dann geht es weiter mit einem Duschpuffel. Der Duschpuffel darf weiter wandern. Dann haben wir hier ein Buch. Als wir unendlich wurden von Carrie Firestone. Ich bin ja nicht mehr so die Leseratte. Dann haben wir ja noch Eisige Schwestern. Oh, das sieht irgendwie gut aus. Sex-Mega-Thriller. Bild präsentiert. Schock! Was ist denn da alles drin? Toch, was? Hier müssen noch sechs Bücher drin sein, oder? Oder bin ich jetzt doof? Ist ja egal. Auf jeden Fall ein Buch. Ein Thriller-Buch. Das darf beides weiter wandern. Und dann hast du das dann. Ich wühle hier einfach mal drin rum. Dann haben wir hier noch Cylon-Zimtstangen. Rieche ich jetzt nichts? Die dürfen weiter wandern. Dann haben wir hier Kurt Tepperwein. Meine Beziehung zu meinem Partner. Eine erfüllende Partnerschaft kann einen über sich hinaus wachsen lassen. Das stimmt. Aber ich bin sehr zufrieden mit mir, meinem Partner und unserer Beziehung. Von daher darf das weiter wandern. Dann haben wir hier Servietten drin. Den Klassiker. Weihnachtsservietten. Die sind schön, aber die dürfen weiter wandern. Das ist alles Verpackungsmaterial. So, dann haben wir hier noch eine Körperbutter mit Bio-Avocado-Öfe. Jede Haut von Altera. Nach was soll die denn riechen? Oh, die läuft bald ab. Oh, die läuft bald ab. Im August. Die nehme ich mal lieber raus. Nicht, dass die noch kippt. Ja, die rette ich dann mal. Quasi. Ja, Naturkosmetik ist die noch zu. Ja. Aber Naturkosmetik, die rette ich mal aus dem Paket quasi und werde sie meiner lieben besten Freundin geben. Die liebt nämlich sowas. Oh, meine Seife. Meine Rosenseife. Auch die geht zu meiner besten Freundin. Dann haben wir hier noch ein paar Bücher und DVDs. Diese hier, die Schwester der Königin, Gravity mit Sandra Bullock und ein Bibi und Tina Buch. Das darf alles weiter wandern. Das darf alles weiter wandern. Dann haben wir hier noch ein Buch und noch ein Buch. Frederik Backmann, ein Mann namens Ove. Ich kenne auch einen Ove. Und der Tag, an dem ich fliegen lernte. Also von Stephanie Kremser oder Kremser. Die dürfen beide weiter wandern. Und dann gibt es hier noch Yoga für Rücken, Schultern und Nacken. Ja, ich bin nicht so der Yoga-Typ. Ich gehe ja schwimmen zweimal die Woche. Das reicht mir tatsächlich. Was haben wir hier noch drin? Gucken wir gleich mal. Ah, ich glaube, die waren noch für mich. Die Lieblingsbonbons Melone. Die wollte ich noch haben. Die haben ganz schön gelitten. Aber die werden trotzdem schmecken. Genau. Auch die müssen bis August gegessen werden. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. So, was haben wir hier noch? Eine kleine Dose. Das ist, glaube ich, auch eine Kerze, oder? Oh ja. Sehr blumig-kräuterig. Aber das Design gefällt mir sehr gut. Und die kann man gut mal so nebenbei anzünden. Die bleibt bei mir. Ich glaube, die willkommen auf dem Rummelplatz. Ich glaube, die habe ich schon von Profissimo. Die darf dann weiter wandern. Das sind die Bücher. Die habe ich euch schon gezeigt. Hier haben wir noch ein Säckchen. Was ist hier drin? Ah, nochmal so Duftwachse. Von verschiedenen Firmen. Die dürfen aber alle weiter wandern. Und dann haben wir hier noch was. In einem DM-Beutel. Ist das eine Tasche? Das ist eine Tasche. Nein, das ist ein Rucksack. Okay, Gott sei Dank. Wenn das eine Tasche gewesen wäre, hätte ich sie wahrscheinlich rausgenommen. Aber das ist ein Rucksack. Und Rucksack. Ich trage keinen Rucksack. Weil, ja. Also ich trage ja nur meinen Jeffree Star Rucksack. Den habe ich ja in zwei Farben. Aber so einen kleinen Rucksack, das sieht bei mir einfach blöd aus. Ich bin fast 1,80 Meter groß. Und wenn ich dann so einen kleinen Rucksack trage, das sieht ein bisschen aus, als würde ich den Rucksack meiner Tochter tragen. Das mache ich nicht. Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, habe ich euch alles gezeigt, was im Needful Things Paket drin war. Genau. Das Täschchen wandert weiter. Die Drummelplatz-Duftkerze habe ich, glaube ich, schon. Deswegen wandert die weiter, auch wenn die super gut riecht. Aber ich werde sie weiterschicken. Weil, wenn jemand anders die nicht gekriegt hat oder die noch haben will, dann möchte ich sie nicht wegnehmen. Wenn die zurück zum Besitzer kommt, dann posten wir mal in die Gruppe, ob noch jemand was davon haben will. Und dann kann ich mir die immer noch safen, falls sie dann noch da ist. Und genau. Also, dann zählen wir mal durch, würde ich sagen. Ja, die Funko Pop Figur bleibt auf jeden Fall. Der bleibt auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Den stelle ich mir hier neben meinen Schminktisch. Die Gesichtsreinigung bleibt. Ja. Eins. Zwei. Die Kerze bleibt. Drei. Die Butter bleibt. Vier. Die Kerze bleibt. Fünf. Das Duschgel. Sechs. Die Nagelfolien. Sieben. Die Karte. Acht. Habt ihr die überhaupt richtig gesehen? Die ist richtig schön. Die Sticker. Neun. Der Sirup. Zehn. Dann hab ich noch zwei Tütchen Gummibärchen. Und ein Eiskaffee. Wie rührt man den eigentlich an? Was muss eigentlich da rein? Entweder Milch oder Wasser. Ein paar Eiswürfel dazu. Vielleicht eine Kugel Eis. Fertig. Sehr genial. Ähm. Genau. Also zehn Produkte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ja. Und die Sticker bleiben auch. Zehn Produkte habe ich mir rausgesucht. Zehn werde ich mindestens wieder reintun. Und es weiterschicken. Zur lieben Nicole von Gartenfamilie und viel mehr. Da könnt ihr dann weiter gucken, was ich reingetan habe. Was sie sich rausnimmt. Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut unbedingt mal in die Beschreibung und besucht mal die anderen Frauen aus der Gruppe. Die sind wirklich toll. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund. Werdet gesund. Und haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Bis dann. Ciao.